so 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 ich weiß das mal kurz raus verzeih der hat da so eine platte drauf ich meine wir können jetzt mal ganz bekloppt sein das einfach mal probieren oh oh nein scheiße ist das ich glaube das war eine dünne idee aber er ist fast da und er ist fast da und er ist fast da und verdammt dachs jawohl der transperse schicke vor der tür interessiert ihn gar nicht komm komm die andere elke der will nur einer skrwoll bruder machen hier ja wohl kann ja auch scheiß das hängt hier noch fest alles klar dann machen wir das jetzt halt so jawoll und eine noch und eine noch auch kommen ja wohl wieder ist es noch einer also in der quatsch da fickt euch doch einmal ins knie wenn man zwei von den fischern plattgekriegt erst mal kurz durchatmen er ist sauer die sind nicht zerstört das ist ungünstig spiegel und sofort du mich da mal fettes scheiß wie jetzt hängen wir hier fest ist irgendwie ein bisschen leer kommt sie weiter ich bin nicht da mach einen abgang du scheiß wichs wir jetzt machen abgang oh oh wenn ich jetzt schnell bin könnte ich das schaffen komm verpiss dich jawoll oh oh wird der jetzt hier weiter sein scheiß jetzt hat der uns wieder anjusen nein mein verdammter achse komm jetzt mach einen abgang nee ohne scheiß hier geronimo shit, 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 der hat uns gesehen scheiße ich kann mich hier eigentlich wunderbar drin verstecken wir können ja mal versuchen zu verarschen juhu ja komm ja komm das sollte man ja hinkriegen wer hat der Rührei bestellt? ich nicht so weg mit der scheiß oh oh so ist klar ist die noch wow alter hab ich mich jetzt erschreckt oh nee jetzt kommt doch schon wieder Kollege Drache an kann ja nicht so schwer sein ey ach nö das war knapp hat die ARG aber auch nicht kaputt ey was soll denn der Rotz was soll denn der Rotz guck mal hier ja voll wir haben es geschafft jawoll blöd gemacht blöd gemacht Das ist noch ein Abgang. Warte mal. Die legen ja Feuer so gerne, ne? Dann will der Feuer hauen. Hihi! Schönen Tag noch! Oh oh. Ich glaube, da hat was gegen uns. Komm, lauf, 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 lauf. Jawoll! Jawoll! Boah, sind wir geil, ey. Sind wir geil, oder was? Jo. Warum ist der Aufzug so langsam? Wozu soll das gut sein? Dramatische Spannung, Alarm, Blutdrache nähert sich. Warte, jetzt fahr hoch, fahr hoch. Ist verärgert wegen der Sache mit dem Schlammenderfer. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Kommt ihr das nicht bekam? Es ist nicht gut. Jetzt fahr. Oh oh. Scheiße. 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 Das müssen wir jetzt fertig machen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das funktioniert nicht. Meine Empfehlung, benutzen Sie das Geschütz. Ach was. Na geht doch. Alter. Oh, jetzt muss ich erst mal gehält werden. Jetzt schießt doch. So. Alter. Komm, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Nein. Scheiße. Mann. Oh. Er ist doch echt zum Kotzen. Missionsziel. Aufzug erreichen. Witzig. Witzig. So. 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 Der soll uns jetzt noch mal auf Eier gehen. Eine schöne Tat. Oh. 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 Moment mal. Wenn wir schonmal hier sind. Will ich haben. Will ich haben. So. Jetzt soll er uns noch mal auf Eier gehen hier ey. Alter. Das war doch nur so ein Spruch. Kommt dir das nicht bekannt vor? Uuuuh! Alter! Soweit wir verarschen gehen, sind wir offen die ganze Zeit im Kreis. Geil! Ich würde mich gerade für meinen tollen Plan loben. Alter! Nein! Guck nicht mal dran! Nee! Scheiße, ich muss mir auf die Karte gucken. Oh oh! Jawoll! Ach nee! So! Fick dich doch! So! Fick ist wie, ey! Aber was zieht ihr denn so, die wir nicht verarschen? Kann ja auch! He he! So! Was zieht ihr dazu? Oh, wow! Oh, oh! Home of Thirst, ey! Oh, fast denke ich komme mal geklaft und markiert. So, wo seid ihr? Komm, jetzt zeigt ihr euch auf. Wenn ihr wollt spielen, ich will auch spielen. Toll! Was sind die überhitzt die Scheiße? Ich bin ja nicht, ey. Juhu! Jawoll! Oh, sterben, ey. So, das lief ja schon mal ganz gut jetzt. Wir sind jetzt auch mal oben. Alles klar. Ja, komm, jetzt fahr. Mach da. Warte, was, für ein Vieh? Ja, alles klar. Über den, über den Watt springen, halt. Habt ihr irgendwie einen Arsch offen oder so? Und doch. Jetzt, ah! Jawoll. Alter, das ist doch kein Hai. Geiles Teil, ey. Geiles Teil, ey. Ich habe alles durch mein Fernrohr beobachtet. Das war unglaublich. Das finde ich allerdings auch. Nein, Doc. Bilder von weinenden Clowns und Hunden, die Poker spielen. Das ist unglaublich. Aber das? Nur ein Job. Ja, sicher doch. So. Ah, nee. So, wo sind wir denn jetzt? Haben wir befreit, haben wir befreit. Wie soll man denn da hinkommen? Kannst du mir das mal verraten? So, erstmal müssen wir uns jetzt, äh, auffüllen gehen. Shit. Boah, da war ja schon so ein bisschen Nervenkitzel jetzt, ne? Crazy Shit. Erstmal wieder verschnaufen, Luft holen und dann geht's auch schon weiter. Aber ich kann mich immer noch nicht entscheiden, was ich jetzt gleich mache. So, ob ich mit Tomb Raider weiter mache oder ob ich eine Folge Light to Me gucke. Ob ich immer noch die zweite Staffel auf DVD hier stehen und komme einfach nicht dazu, die mal anzufangen. Hmm. Entweder oder. Was soll ich machen? Das ist jetzt die Frage. Ach, hier haben wir's. Ach, komm. Geht doch. Mission, die haben wir voll. Ja, ja. Komm, gib mir. Ach, kauf nicht möglich, ey. Deine Oma ist auch nicht möglich. So. Ach, komm, machen wir hier noch so nü. Alles klar, machen wir noch. Und das soll eine Mission sein? Ach, machen wir erst morgen.